Hey! Ich trinke ein Kaffee. Machst du gerade ein Video? Mit Eva. Aus Berlin. Sie ist aus Berlin her. Und wir gehen gleich zum Casting. Ja, weil wie ihr sehen könnt, ist sie Model. So, Eva wurde jetzt genommen. Sie ist jetzt Model für Schwarzkopf. Bei Salon Gucci. Glaube ich, ne? Ja, also da ist auf jeden Fall die Vorbereitung. Voll berühmt. Wir sind hier gerade am Star Danks. Ich rieb mich einmal. Ja. Super weihnachtlich. Und jetzt geht's nach Hause. Beziehungsweise fährt wieder nach Berlin und ich. Oh, mein Bruder ist heute da. Ich habe ihm die Haare geschnitten. Das ist Kevin. Hi. Der hat voll zugelegt. Er war mal Fact, wenn man es nicht glaubt. Das ist die Kamera. Und das coole ist dann, da kann man durch diesen Fischei-Effekt, den man schon sieht. Was für ein Fischei? Das ist hier hinten so kleiner wird. Ach so, als wäre es so eine Runde. Ja, genau. Und das ist halt das coole, dass man sich da sieht. Und das nimmt den 1900 mal 1200 auf. Krass. So, ich bin jetzt bei Hartz und Glück mit Kevin. Er macht ein typisch asiatisches Foto. Was ihr sehen könnt. Ja. Es ist hier ziemlich cool gemacht. Und genau. Wir essen jetzt erstmal den Burger. Gibt ganz gut aus. Die Fritten sind ziemlich groß. Und genau. Es sieht aus wie ein Monster. So richtig angekuckt. Der Tod. Der Tod. Ich meine der Tod. Auf jeden Fall ist es warm. Hier ist ein See. Und ich bin gleich zu Hause. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und wie ihr seht, habe ich jetzt ein paar Mal meine Maschinen aufgebaut. Da ich doch jetzt in letzter Zeit sehr viele Fragen bekomme. Mit was für Maschinen. Beziehungsweise mit was für Stiften. Ich letztes Mal meinte. Ich benutze halt diese. Wenn man die hier sieht. Hautmalstifte. Wie ich sie nenne. Also von Tom Bow. Damit könnt ihr dann frei. Frei auf die Haut zu sagen. Also ihr könnt frei auf die Haut zeichnen. Und es ist halt nicht gefährlich. Denken sich. Man braucht spezielle Stifte. Wenn man auf der Haut zeichnet. Wenn man drauf tätowiert. Wie ihr seht habe ich hier. Jetzt drei Maschinen. Vier Maschinen. Wir fangen hier mal mit der ersten an. Das ist halt meine zweite Maschine. Die ist custom gefertigt. Und wie ihr schon sieht. Eine Lou Vuitton. Also das Logo davon. Und das ist ein Shader. Achter. Achter Warp Spun. Einmachen lassen. Und die ist aus den USA. Also die ist hand gefährlich aus den USA. Die ist halt so gefährlich. So wie ich das möchte. Hat ziemlich weichen Punch. Und genau. Ich habe dann noch eine zweite Schäle. Das ist halt die. Das ist halt die hier. Oh mein Kaninchen trinkt da. Ich hoffe es stört nicht so. Das ist von. Wie ihr hier schon seht. Habe ich drei Maschinen von. Bavaria und Custom Iron. Da ich. Wie ich finde. Da ich wie die finde. Schon. Sehr gute deutsche Maschinen. Zu sagen sind. Also ich habe. Ich habe jetzt nur die vier. Also ich habe jetzt hier. Zwei Shader. Das ist auch ein Shader. Auch mitten am Achter. Und sonst habe ich halt zwei. Ähm. Für die Linien ziehen. Warum ich zwei habe. Ich habe halt. Zwei unterschiedlich. Das heißt. Mit dem einen steche ich halt. Nur bis. Ähm. Neun. Und mit den anderen. Nehme ich. Ähm. Eher die etwas stärkeren. Das heißt. Eigentlich nehme ich die hier. Für neun plus. Sag ich mal. Also von der Nagisch. Ähm. Dicke her. Und die ist eher. So ein Feigen Liner. Sag ich mal. Also so fein. So fein. Für. Wie die Linien ziehen. Und sonst. Ähm. Noch ganz wichtig. Weil mich sehr viele Fragen. Und darauf hinweisen. Also ist es. Ähm. Ich tätowiere halt. Ähm. Bin dabei es zu lernen. Hab jetzt auch schon. Gewerbeschein. Und alles gemacht. Ich könnte jetzt. Offiziell gehen. Aber. Ähm. Es sind halt so Tipps. Für Anfänger. Ich bin selber noch ein Anfänger. Aber. Ich sag mal. Ich hab jetzt etwa. Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Könnte man gut sagen. Tätowiert. Und bin jetzt eigentlich schon. In der Hinsicht. Auch mit Hygiene. Sehr gut befasst. Ihr solltet euch nicht. Jetzt irgendwie. Eine Maschine kaufen. Und dann. Wie gesagt. Damit tätowieren. Also ich. Empfehle es auch keinem. Beziehungsweise. Ich unterstütze das auch nicht. Es ist halt einfach nur. Ähm. Ich habe Lust. YouTube Videos dazu zu machen. Und allgemein. Ähm. Versuche ich. Anfänger dazu helfen. Da ich selber noch. Ein Anfänger bin. Und man sollte. Wenn man. Die erste Maschine kauft. Ähm. Auch. Auseinander bauen können. Also. Ihr solltet die Maschine. Auseinander bauen können. Ihr solltet wissen. halt. Was eine Armanturbar ist. Beziehungsweise. Was Backspring ist. Und was der Unterschied dazu ist. Was für Stärken es gibt. Und ihr solltet die auf jeden Fall. Ausprobieren. Viele haben ja auch. Ähm. Gefragt. Was für Nadel man benutzt. Ähm. Ich habe das im kleinen Nadelvideo. Sag ich mal. Erklärt. Und ähm. Man sollte nicht. Alles so machen. Wie es erklärt wird. Also nicht dann irgendwie. Jemand sagt. Du sollst so und so. Tätowieren. Dann tätowierst du so und so. Also du solltest schon. Analytisch denken. Beziehungsweise halt. Auch ausprobieren. Und das ist halt. Das Interessante. Am tätowieren. Auf jeden Fall. Für mich. Ich weiß nicht. Wie es für dich ist. Oder für andere. Auf jeden Fall. Ist das jetzt. Zum guten Hobby geworden. Und ähm. Ja. So. Ein kurzes Review. Zu meinen Maschinen. Beziehungsweise. Zum Tätowieren. Ähm. Ja. So war mein Tag. Und ähm. Man sieht sich im nächsten Blog. Beziehungsweise. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.